Und dann kam die Sache, die bei mir alles geändert hat und mich komplett auf die Erfolgsspur gebracht hat. Crash-Propheten wie beispielsweise Dirk Müller oder auch so Blätter wie Der Aktionär oder auch Alfred Meidern, der von Der Aktionär kommt, der seinen Börsenbrief vertreibt, die haben alle eine Sache gemeinsam. Und zwar, dass sie dir weismachen, dass die Börse extrem kompliziert sei, dass du dich mit der Wirtschaft extrem gut auskennen musst und so richtig auch Know-how reinstecken musst an irgendwelche Berichte rankommen musst, damit du eben die Zukunft auch kennst. So, der eine redet davon, dass morgen der Crash kommt und der andere redet davon, dass morgen die Aktie XY, Warta und Co. halt durch die Decke geht. So, natürlich haben die ihre verschiedenen Geschäftsmodelle und das sei erstmal auch vollkommen in Ordnung. Ja, kann jeder halten davon, was er meint. Aber ich möchte dir etwas ganz, ganz Wichtiges mitgeben. Nämlich ich bin jetzt inzwischen das 19. Jahr an der Börse. Also schon eine megamäßig lange Zeit, unglaublich eigentlich. Ich habe damals mit 17 Jahren angefangen. Und damals habe ich das auch gedacht. Ich habe das sogar eine sehr, sehr lange Zeit gedacht, dass ich, dass das Ganze sehr kompliziert sei. Na, wenn man NTV sieht und dann redet da irgendeiner an der Börse und heute passiert das und diese Wirtschaftsdaten und dann nochmal die Zinsen, die bewegen sich so und die Konjunkturdaten haben sich in China geändert und in Japan und in Afrika und was weiß ich nicht was. Ja, ich sage es erstmal ein bisschen überspitzt. Alles wird so thematisiert und begründet, warum denn gerade etwas hoch und runter geht. Das wirkt alles sehr, sehr komplex so am Anfang, finde ich. Ja, so habe ich mich nämlich auch am Anfang gefühlt. So wirklich richtig verloren, sodass ich mich auch irgendwo drangehangen habe, Tipps gefolgt habe, letztendlich irgendwelchen Empfehlungen geglaubt habe, weil ich dachte, okay, diese Leute, die wissen eben, wie das ganze Spiel geht. Die Wahrheit war allerdings, die Leute wissen nicht, wie das Spiel geht. Und das sieht man, finde ich, auch sehr, sehr gut an solche wirklich bekannten Größen wie Dirk Müller oder bekannten Größen wie auch Alfred Meidorn. Ja, ich nehme, ich picke die jetzt einfach mal heraus, ja, weil bei mir sind die auch sehr, sehr bewusst. Die tauchen bei mir irgendwie dauernd auf, auch bei YouTube und so weiter und deswegen sage ich das Ganze. So und damals, wie gesagt, ich kann ja nur von mir erzählen, ja, habe ich halt angefangen und habe halt, ich habe Plattformen gesucht, ich habe News gesucht, ich habe geschaut, wie kannst du schneller an Neuigkeiten kommen. Ich habe versucht, die Wirtschaft besser und besser zu verstehen. Ich habe geschaut, okay, was ist denn die Korrelation, was sich in der Wirtschaft tut, zur Börse hin, um das alles herauszufinden. Ich habe große Größen gefolgt, wie zum Beispiel auch die beiden Personen, ja, die ich natürlich auch gefunden habe und habe geschaut, okay, warum machen denn die denn die Aussagen, die sie so tätigen. So und habe dann halt immer versucht, okay, da hinterher zu kommen und so weiter, das auch zu machen, besser zu machen. So und das hat auch gut funktioniert, ganz ehrlich, wunderbar. Zum Beispiel in der Phase von 2004, wo ich damals angefangen habe, bis ins Jahr 2007 hinein, war das wunderbar. Warum? Weil der Markt einen nach oben gespült hat. Du konntest so ziemlich kaufen, was du willst. Ja, die eine Krise war gerade vorbei, kann man sagen, und die andere hat noch nicht angefangen und da hat es ganz gut gelaufen. Und dann wirst du ja natürlich auch animiert, irgendwelche Hebelzertifikate zu nehmen, Optionsscheine, K.O.-Zertifikate und den ganzen Murks, den es da ja so gibt. So, heute packe ich davon gar nichts mehr an übrigens. So, und wir haben ja eine Parallele eigentlich auch in der heutigen Zeit. Wir hatten jetzt so, vielleicht findest du dich da auch wieder, den Corona-Crash. Danach haben sehr viele auch, sind in die Börse reingekommen und wurden erstmal überhäuft mit Gewinnen. In 2020 und 2021 ist die Party nur nach oben abgegangen. Du konntest fast kaufen, was du willst. Außer vielleicht ein paar Trends, die schon ein bisschen eher abgeknickt sind. Ja, aber generell ist alles nach oben gegangen. Das heißt, die Börse hat dich jetzt mal schön gefüttert mit Gewinnen. Und natürlich hatten diese Leute, die das vorgelebt haben, in irgendwelchen Diensten und alles empfohlen haben, was irgendwie Wachstum hatte, wo die Gewinne eben erst in einigen Jahren sprudeln und noch nicht heute. Die wurden empfohlen und dann sind die gestiegen. Da haben sie auch 100, 200, 300 Prozent. Wunderbar, wunderbare Publicity. Doch du weißt selber dann, wenn du da schon dabei warst, was ist dann in 2022 passiert bis heute. So, das Ganze hat sich abgekühlt. Ist noch ein ganz schönes Wort. Wenn wir über diese Wachstumswerte reden, die eben nicht so viel Fundament haben, wo die Gewinne halt übermorgen erst kommen sollten und jetzt festgestellt worden ist, okay, die kommen nicht übermorgen, sondern es dauert dann doch noch ein paar Jahre länger. Die haben sich halt richtig in den Keller verabschiedet. Da reden wir auch über Werte, die dann 70, 80, 90 Prozent nach unten gegangen sind. Du kennst die Kandidaten selber, wenn du damit schon Erfahrungen gemacht hast. So, und was passiert? Naja, im Endeffekt, wir machen diese Leute ja genauso weiter. Die haben ihr Business. Der eine redet vom Crash, der andere redet ganz einfach davon wieder, dass eben die nächsten Werte kommen und da kommt wieder richtig was um. Pipapo. Bullische Meinung, Bärungsschermine. Das ist wieder richtig interessant. So, das ist also die Zeit so von 2004 bis 2007 bei mir, wo ich auch alles gekauft habe. So, und dann ist genau das ja passiert. Was ich gerade gesagt hatte, auch damals ist die Finanzkrise gekommen. Die war noch mal ein bisschen heftiger, als das, was wir in 2022 erlebt haben. Aber ich habe auch richtig einen draufgekriegt. So, und in dem Moment habe ich gemerkt, warte mal, wo sind denn die Leute, die mir jetzt etwas empfohlen haben? Irgendwie haben wir die schon wieder etwas Neues empfohlen. Man hat davon gar nicht mehr geredet, was da in den Keller reingegangen ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warte mal, die haben ja anscheinend auch nicht so viel Plan. Die wissen es gar nicht besser als ich. Die haben auch im Endeffekt das, was so in den Medien steht, veröffentlicht. Das, was so in den Medien steht, einfach zum Kauf empfohlen. Ja, und dann ist das auch gut gegangen. Und alle reden davon. Alle waren ja eh begeistert, weil es tauchte überall auf. Und dann war es soweit gut, ja. Und danach ist alles abgestürzt. Ein paar Leute waren sauer, sicherlich. Aber dann wurde halt wieder das nächste Zeug irgendwie empfohlen. So, aber natürlich sitzt man auf den Verlusten, ja. Die Verluste sind ja da. Es ist ja nicht so, als wenn man sagt, okay, ich mache einmal ein Plus, Minus, Null, 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 Null und danach geht es wieder nach oben. So, und das war die Phase bei mir damals, die wirklich emotional schwer war, weil ich habe alle meine Gewinne von den drei Vorjahren wieder abgeben müssen. Das war die Phase, wo ich erkannt habe, ey, die Leute haben gar keine Ahnung. Egal, ob die Leute da bei NTV und bei Welt und die an der Börse direkt stehen mit dem Mikrofon und ihren Text, der da so am Bildschirm einfach so abläuft, ob die das ablesen. Oder halt auch so bekannte Größen, die ich gerade genannt habe. Teilweise auch weltweit bekannte Größen, die da Sachen empfohlen haben, die absolut in den Keller gehen. Ich meine, schon muss ich das mal anschauen, Katie Woods zum Beispiel, was die alles so empfohlen hat, was die in ihren Fonds drin hat. Das ist alles, das ist ja unnormal, was da passiert ist an Drawdown. Der Markt ist um 27% nach unten gegangen. Die Werte sind um 70, 80, 90% teilweise nach unten gegangen. Das ist ein extremer Schaden, der da entstanden ist bei vielen Anlegern. Auf jeden Fall war das dann die Situation, wo ich gemerkt habe, okay, das bringt gar nichts, wenn du eben auf solche Größen hörst. Und auf der anderen Seite bringt es auch gar nicht so viel, wenn ich mir, wer weiß, viele Gedanken mache, wie läuft denn die Wirtschaft, wenn doch eh alle davon überrascht werden. Was ist denn in der Finanzkrise passiert? Die Kurse sind um 57% eingebrochen. Da hat ja keiner vorher gesagt, warte mal, da kommt ein Crash und ich halte mich jetzt zurück. Natürlich noch ein paar Größen, der Michael Burry oder so, das kennt man von The Big Short, gab es dann da schon. Aber die meisten Leute sind da so reingelaufen. Und die Kurse wären ja nicht um 57% abgestraft worden, wenn nicht auch die großen Investoren überrascht worden wären. Also sie haben es ja auch nicht besser gewusst. Ganz klarer Rückschluss darauf. Und das waren eben so die Schlüsselmomente bei mir, wo ich erkannt habe, warte mal, so wie du bisher gedacht hast, kann es nicht funktionieren. Du musst dir irgendwo was anderes überlegen oder einen anderen Ansatz verfolgen, um herauszufinden, wie du kontinuierlich Erfolg hast. Und dann kam die Sache, die bei mir alles geändert hat und mich komplett auf die Erfolgsspur gebracht hat. Hätte ich diese Sache nicht für mich irgendwann mal erkannt oder mir eingestanden, wäre es bis heute noch nicht erfolgreich gewesen. Dass ich nicht in der Lage bin, die Zukunft zu kennen. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Ich weiß auch nicht bei der einzelnen Aktie, was morgen passiert. Auch nicht übermorgen. Das ist aber eine große Erkenntnis. Die meisten Anleger, das ist meine Erfahrung, auch wenn du vielleicht selber jetzt sagen würdest, ja, ich weiß ja auch nicht, was morgen ist, ist klar. Die meisten Anleger bilden sich aber trotzdem ein, zu wissen, was demnächst passiert. Und sie bilden sich ein, es besser zu wissen als alle anderen Marktteilnehmer. Denn sie kaufen eine Aktie mit dem Gedanken, ich weiß, dass das demnächst richtig gut ist. Aber wenn du diese Behauptung aufstellst, dann behauptest du auch gleichzeitig, dass alle anderen das noch nicht wissen. Weil sonst wäre die Aktie schon auf dem Level eingepreist. Wenn du dir aber eingestehst, und das war damals echt so ein Schlüsselmoment für mich, Moment mal, diese Information, die ich habe, weswegen ich denke, dass die Aktie steigt, die haben auch alle anderen. Denn ich habe doch kein Insiderwissen. Ich weiß doch nicht, ich habe doch keine schnellen News irgendwie. Ich sitze doch nicht an der Wall Street oder so. Oder gehe mit dem CEO von Apple, von Adidas oder was weiß ich nicht, was essen. Nein, funktioniert nicht. Du hast nicht mehr Information. Und wenn du das erkennst, dann wird sich dein Handel komplett ändern. Dann wird sich dein Handel von, ich kaufe diese Aktie, weil sie wird demnächst steigen und ich weiß, dass sie steigt, weil ich bilde mir ein, ich weiß da so richtig was. Oder alle anderen haben es nicht erkannt. Geht das hin zu, ich handle rational, systematisch. Ich lasse auch statistische Dinge mit einfließen. Absoluter Game Changer. Denn fortan habe ich in Wahrscheinlichkeiten gedacht an der Börse. Ich habe meinen Prozess, den ich heute verfolge, den ich über Jahre mühselig aufgebaut habe, den habe ich auf Erfolgswahrscheinlichkeiten optimiert. Das heißt, jeden Schritt, den ich mache in meinen Entscheidungsprozess, um eine Aktie zu kaufen, um zu entscheiden, wann ich dort einsteige, um zu entscheiden, ob ich sie verkaufe, ob ich sie zukaufe, wie ich mein Portfolio manage, habe ich gegliedert unter dem Ziel, mit dem Ziel, diese Erfolgswahrscheinlichkeit sukzessive nach oben zu steigern. So, und mal kurz von Wahrscheinlichkeiten gedacht wirklich. Ich möchte das mal bildlich darstellen. In der Regel ist es doch so, ob eine Aktie steigt oder ob sie sinkt. Ja, das ist doch erstmal eine Wahrscheinlichkeit von 50% zu 50%. Ganz generell, oder? Du kaufst jetzt eine Aktie, wo steht sie morgen, ob sie höher oder tiefer steht, 50-50. Kann man grob so sagen. Wenn du es jetzt aber schaffst, die 50% von hier oben zu steigern, auf beispielsweise 90% langfristig, und hier unten das zu reduzieren, auf demzufolge 10%, dann hast du doch auf einmal einen riesen statistischen Vorteil. Ist doch erstmal klar. Wie kann man das Ganze machen? Nun, ich möchte dir das ganz, ganz grob zeigen, ohne jetzt fachlich irgendwo reinzugehen, nämlich das, was ich zum Beispiel mache, ist, ich schreibe mal ein paar Sachen auf, ich screene den Markt ganz gezielt nach gewissen Kriterien, technisch wie auch betriebswirtschaftlich. Ich gucke mir Trends an und so weiter. Und damit habe ich doch die 50% schon mal ein bisschen nach oben gehievt, auf sagen wir mal 55%. Dann schaue ich mir jetzt zum Beispiel den langfristigen Trend an, der extrem wichtig ist. Ich stelle sicher, dass diese Aktie langfristig einen guten Trend nach oben hat. Und schon bin ich bei 60%. Jetzt schaue ich mir das Unternehmen dahinter an. Ja, habe ich bis dato noch gar nicht gemacht. Das hier ist mein Prinzip, kann man sagen, diese Schritte. Und auf einmal sehe ich, er ist ein gutes Unternehmen, ein gutes Management, entscheidende Sache. Management ist das A und O und wir haben unsere Erfolgswahrscheinlichkeit, dass es auch in Zukunft so weitergeht, weiter erhöht. Wir sind auf einmal bei 70%. Jetzt gucke ich mir die Fundamentaldaten an. Ich sage mal nur Fundament. Finanzielle Stabilität, Ertragskräfte, wie sieht das in der Prognose aus, Margen, ganz, ganz wichtig und habe das Ganze wieder erhöht, auch beispielsweise 80%. So, und bis dahin habe ich jetzt eine tolle Aktie gefunden, die ich kaufen kann. Jetzt geht es um den Einstieg. Jetzt kann ich den auch noch optimieren, mit Indikatoren, mit der technischen Analyse, mit fundamentalen Bewertungen, wo ich das einfach optimieren kann. Und schon habe ich durch den Einstieg, so nenne ich das Ganze mal, habe ich, Entschuldigung, dass das ein bisschen undeutlicher alles ist, habe ich die Erfolgswahrscheinlichkeit weiter erhöht, dass mein Investment gut läuft, über Markt läuft, habe ich auf 90% gesteigert. So, jetzt nagele mich nicht auf die Prozente hier ganz genau fest. Das ist klar, ich möchte dir nur signalisieren, wie ich das Ganze angehe und wie mein Prozess aufgebaut ist, um auf höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten zu kommen. Und jetzt ist es doch so, wenn du dir die Wahrscheinlichkeiten anguckst und sagen wir mal, du hast 10 Werte, 10 Werte hast du und davon gehen 8, also 80%, die gehen nach oben. Ein Wert davon, der geht so seitwärts und ein Wert, der geht auch nach unten. Das ist Wahrscheinlichkeit im Endeffekt. Ja, müssen wir auch mitleben, dass ein Wert nach unten geht. Wir können den natürlich reduzieren, ja, wir gehen da auch besonders mit um, mit Werten, die wir dann vielleicht abstoßen, die auch nach unten gehen, langfristig. Also unsere Meinung ist hier nicht in Kraft getreten, kann man sagen, aber es gehört dazu. Ja, wir müssen wissen, die Verlierer gehören dazu. Und es kommt auf die Gesamtverteilung an. So, wenn die ach da oben, aber jetzt 15% pro Jahr machen und der eine hier, der macht, der tritt auf die Stelle, der macht 0% und der da unten, der macht, ich sag jetzt mal wirklich, minus 50%, macht der über die ganze Zeit, das pro Jahr ist wohl eher nicht, ja, dann haben wir aber trotzdem einen Schnitt, ohne das jetzt zu berechnen, ja, kannst ja gerne mal selber rechnen, haben wir trotzdem noch einen Schnitt von 14% pro Jahr, vielleicht, selbst wenn es 13% pro Jahr sind. Warum? Ja, ja, weil diese 8 hier, das ist ja nochmal so eine schöne Besonderheit, diese 8 Werte hier, die nach oben gehen, die werden mit der Zeit immer wertvoller. Das ist das Schöne bei Aktien. Wenn Aktien steigen, nehmen sie auch mehr Gewicht in deinem Portfolio ein. Und das heißt, diese 15%, diese steigenden Werte, die werden immer mehr Gewicht übernehmen, die Gewinner nehmen mehr Gewicht ein und hier unten, die Werte, die nach unten gehen, die sind irgendwann komplett raus, ne, also die werden immer weniger Gewicht und die fallen kaum noch auf, ja, der kann gerne nach unten gehen, in die Ewigkeit, solange uns diese 80% hier nach oben treiben und wir letztendlich auf eine solche tolle Rendite von 14% beispielsweise pro Jahr kommen. Das ist jetzt ganz, ganz allgemein gehalten, ne, also, aber wie gesagt, nicht auf die Prozente festnageln, sowohl von der Wahrscheinlichkeit wie auch von der Rendite, aber genau so funktioniert es. Genauso hat es für mich in den letzten 10 Jahren funktioniert und das ist der Grund, warum ich in den letzten Jahren runtergerechnet, wieder, also gemittelt auf ein Jahr, über 20% Rendite pro Jahr gemacht habe, ja. Natürlich mache ich noch ein bisschen mehr, als hier steht, ja, denn ich handele zum Beispiel auch noch mit Optionen, mit einem aktiven Handel, da kann man nochmal ein bisschen mehr rausholen. Aber du schaffst es, als langfristiger Investor, Renditen zu generieren von über 10% pro Jahr mit einem solchen Prinzip, wenn du rational handelst und dich nicht von irgendwelchen anderen Größen irritieren lässt, von irgendwelchen Gefühlen leiten lässt, dass du jetzt mal schnell auf irgendwelche Aktien aufspringen musst, sondern wenn du ein rationales Prinzip verfolgst, dann wirst du solche Renditen auch demnächst deine nennen können. Und zwar nicht nur in 2021, wenn es mal besonders gut läuft, sondern eben auch in schlechteren Zeiten, wo du auf einmal siehst, ich stehe viel stabiler da. So, und diese Schritte, die ich dir gerade aufgezeichnet habe, also mein Prinzip, ja, wenn du da sagst, hey, sowas möchtest du auch für dich übernehmen, du möchtest direkt profitieren von jemandem, der das halt über Jahre mit viel Lehrgeld, ich habe viel Lehrgeld gezahlt, halt rausgefunden hat, dann kann ich dir etwas empfehlen, und zwar mein Buch, Aktien für Einsteiger. Da stehen nämlich genau diese Schritte drin. Und die stehen da nicht nur drin, sondern du lernst diese Schritte und lernst diese anzuwenden. Das ist mehr ein Arbeitsbuch, kann man sagen. Das Ganze kannst du dir für 6,95 Euro bestellen, indem du hier unter dem Video oder da oben in der Infobox, wie auch immer, dieses Buch sicherst, ja. Es sind viele Praxisbeispiele drin, auch viele Abbildungen, es ist jetzt nicht nur Text oder sowas, ja, wo du ganz genau erfährst, wie das Ganze funktioniert. Also, schnapp dir das Buch, damit du auch demnächst solche Renditen generierst, und zwar nicht auf Zufall, nicht, dass du auf jemand anderen angewiesen bist, sondern, dass du dein eigenes System hast, daraus entwickelst, was ich dir genau zeige, damit du eben kontinuierlichen Erfolg hast und an deine Ziele in Zukunft kommst. Wenn du das Buch schon hast, kann ich dir übrigens diese Serie noch empfehlen, ja. Da habe ich genau diese Schritte auch nochmal runtergebrochen, wie das Ganze genau funktioniert, und ich habe ja gerade was zu Optionen gesagt, wenn du da sagst, hey, was steckt denn da genau hinter, guck dir unbedingt dieses Video hier unten an. Da habe ich das Ganze ganz genau erklärt. Damit kannst du nochmal ein bisschen mehr rausholen und bist auf einmal bei Renditen von 20% pro Jahr. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, bis dahin, dein Sebastian Negrant.